Als Nancy die Farm ihrer verstorbenen Eltern übernahm, dachte sie, sie hätte einen großen Fehler gemacht. Als sie eines Tages eine große Überraschung auf ihrem schlecht gelaunten Pferd fand, beschloss sie, ihr Bestes für den Hof zu geben und schaffte ein unglaubliches Kunststück. Als junges Mädchen war Nancy Elwood eine vielversprechende Reiterin gewesen und hatte mehrere Preise bei lokalen Wettbewerben gewonnen. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter hatte sie sich jedoch von der Farm entfernt und war nie wieder auf ein Pferd gestiegen. Ihr Vater hatte mehrmals versucht, sie zu ermutigen, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen, aber er war erfolglos geblieben. Nancy hatte ihr Leben auf der Farm hinter sich gelassen und war als erfolgreiche Anwältin nach Oklahoma City gezogen. Aber irgendwie hatte das Leben andere Pläne. Während ihre Karriere aufblühte und sie zu einer der gefragtesten Anwältinnen im Staat wurde, rief ihr Vater an. Er war in Schwierigkeiten und brauchte Hilfe. Er befand sich in einer Krebsbehandlung. Die Medikamente verlängerten das Unvermeidliche um einige Monate und ließen Nancy wenig Zeit, sich zu verabschieden. Es war teuer, aber sie hätte jeden Preis gezahlt, um noch ein paar Tage mit ihrem geliebten Vater zu verbringen. Als er schließlich starb, hinterließ er ihr das 200-Morgen-Grundstück. Und das löste eine radikale Veränderung aus. Ob aus Nostalgie, Schuldgefühlen oder als Bewältigungsmechanismus. Nancy beschloss, ihre steile Karriere in der Wirtschaft aufzugeben, die Farm ihres Vaters zu übernehmen und alles zu tun, um sie am Laufen zu halten. Allerdings war ja nicht ganz klar, welche Aufgabe sie übernommen hatte. Auf dem Hof gab es fast ein Dutzend Tiere, darunter Rinder, Hühner, Ziegen und Schweine. Aber Nancy hatte eine besondere Vorliebe für die Pferde. Eine ihrer frühesten Erinnerungen war, dass ihre Mutter sie wenige Monate vor ihrem Tod zu einem Ausritt mitnahm. Und wie es der Zufall wollte, lebte der Sohn eben dieses Pferdes dort, als Nancy kam, um sich um das Anwesen zu kümmern. Aber es war nicht glücklich, sie zu sehen. Sein Name war Rocky und er hätte nicht unterschiedlicher sein können als seine sanfte Mutter. Rocky war wie ein Feuerwerkskörper und brauchte nicht lang, um ihre Begeisterung für den Hof zu bremsen. Sein rebellisches Temperament machte ihn normalerweise unempfänglich für Anweisungen und er war mit Abstand das störrischste Pferd, das Nancy je getroffen hatte. Mit jedem Tag wurde er temperamentvoller, launischer und unberechenbarer und weigerte sich, seinen Stall zu verlassen. Jeden Tag versuchte sie mit dem Pferd rauszugehen, aber Rocky sträubte sich immer, strampelte mit den Füßen und wierte aus Protest. Genau wie ein Boxheld, nachdem er benannt wurde, weigerte sich Rocky G. Sam zu werden. Und sie wurde immer nervöser, wenn sie in den Stall ging, weil sie nicht wusste, was sie dort erwarten würde. Ernsthafte Zweifel an ihrer Entscheidung kamen Nancy in den Sinn. Vielleicht war sie einfach nicht für dieses Leben geschaffen und sollte wieder als Anwältin arbeiten. Schließlich hielten alle ihre Freunde aus der Stadt sie für verrückt. Warum um alles in der Welt war sie so weit aufs Land gezogen und hatte eine solche Aufgabe übernommen, wenn sie nicht einmal ein Pferd aus dem Stall holen konnte? Welche Chancen hatte sie dann, den ganzen Hof zu führen? Langsam verfiel sie an eine Depression. Aber eines Tages fand sie einen Weg wieder zu lächeln. Und überraschenderweise verdankte sie das alles Rocky. Als sie eines Morgens die Scheune öffnen wollte, fand sie das mächtige Pferd in einer kompromittierenden Position, die ihr ein Kichern entlockte. Ein kleines Huhn namens Chickaletta hockte auf dem Kopf von Rocky. Es sah fast wie ein provisorischer Hut aus. Die schwarze Mähne des Pferdes stand im Kontrast zu ihrem hellbraunen Gefieder. Der Anblick war besonders amüsant, weil Rocky eine feurige Persönlichkeit ist, aber er schien sich nicht allzu sehr an Chickaletta zu stören. Obwohl er das kleine Huhn überragte, erlaubte Rocky es ihm, auf seinem Kopf Schutz zu suchen. Der Vogel hatte sich zu einem Ball zusammengerollt, sodass er eher wie ein Accessoire als ein anderes Tier aussah. Nancy fand das so amüsant, dass sie ein Video aufnahm und es in den sozialen Medien veröffentlichte. Und es dauerte nicht lange, bis die Aufnahmen viral gingen. Die meisten Leute konnten nicht glauben, was sie da sahen. Auf dem Video sieht man, wie Rocky seinen Kopf hin und her wackelt, wahrscheinlich um Chickaletta loszuwerden. Aber der Versuch ist vergeblich. Stattdessen macht das Huhn den ersten Schritt. Er steht auf, geht den Pferderücken hinunter, steigt auf ein Geländer und kuschelt mit Rocky. Die beiden schienen für alle die besten Freunde zu sein. Und ihr Anblick reichte aus, um Nancys Leidenschaft für den Bauernhof neu zu entfachen. Sie war begeistert davon, wie die Tiere miteinander umgingen und fühlte sich glücklich, ein Teil davon zu sein. Wenn ein kleines, wehrloses Ding wie Chickaletta den Mut hatte, sich auf ein so schlecht gelauntes Pferd zu setzen, dann würde sie auch den Mut finden, sich ihm zu nähern, ihm zu zähmen, wie es die Eltern gewollt hätten. Am nächsten Morgen sprach Nancy Rocky direkt und fest an, auf eine Weise, die ihn zu beruhigen schien. Vorsichtig ging sie näher heran und berührte die Wölbung von Rockys Rücken, indem sie ihre Hand sanft über ihn gleiten ließ. Sein Körper war angespannt und fest. Sie konnte spüren, dass seine Muskeln angespannt waren, während er in die Ferne starrte und die Annäherungsversuche seiner Besitzerin nur widerwillig akzeptierte. Aber dies war eines der ersten Male, dass Rocky Nancy erlaubte, ihm so nahe zu kommen. Die beiden teilten einen Moment der Verbundenheit. Irgendwie hatte sie das Gefühl, dass sie beide dabei waren, ihre Trauer zu überwinden. Nancy spürte, wie ein Gefühl des Vertrauens zwischen ihnen zu wachsen begann und bürstete ihn, wobei sie sanft die feinen, seidig braunen Haare seiner Mähne entwirrte. Und von da an verbrachte sie viele Stunden in der Scheune und hatte mehr Freude an der Arbeit als jemals zuvor. Mit ihrem neuen Enthusiasmus konnte sie den Hof viel besser bewirtschaften. Alle Tiere waren gesund und wohlgenährt, die Zäune wurden regelmäßig repariert und als ihre Geschwister sie besuchten, waren sie von ihrer Verwandlung überwältigt. War das wirklich ihre Schwester? Sie hatte ihre Anzughose gegen eine Jeans und ihre Handtasche gegen einen Cowboyhut eingetauscht. Und am meisten stolz war Nancy auf ihre Fortschritte mit Rocky, der nun tatsächlich gerne Zeit mit ihr verbrachte. Und eines Tages geschah etwas wirklich Unglaubliches, das ihr die Tränen in die Augen trieb. Nancy hatte den Mut gefunden, auf ein älteres Pferd auf dem Hof aufzusitzen und wollte gerade eine Runde mit ihm drehen, als sie Rocky entdeckte, der die beiden eifrig beobachtete. Sie stieg von ihrem Pferd ab und brachte es zurück in die Scheune. Zu ihrer Überraschung war Rocky ihr dicht auf den Fersen und seine Hufe traten zaghaft auf den Boden. Sie konnte kaum glauben, was sie da sah. Wollte er wirklich, dass sie ihn zu einem Ausritt mitnahm? War er bereit für diese Art von Intimität? Und vor allem, war sie bereit, ein noch nie zuvor gezähmtes Pferd zu reitern? Nancy atmete tief durch und beschloss sich, auf ihr Pferd zu verlassen. Mit sarten Händen sattelte sie Rocky und kletterte langsam auf ihn, wobei sie ihn mit einem sanften Klopfen ihrer Absätze auf seinen Bauch ermutigte, die Scheune zu verlassen. Rocky schien etwas misstrauisch zu sein, aber sie beruhigte ihn mit sanften, ruhigen Worten und der Hengst trabte langsam in Richtung Weide. Nach ein paar Minuten galoppierte Rocky im Wind und Nancy verspürte einen Nervenkitzel, den sie fast vergessen hatte. Sie hatte es geschafft. Sie hatte das unzähmbare Pferd gezähmt. Sie konnte fast spüren, wie die Geister ihrer Eltern auf sie herablächelten und plötzlich hatte sie einen verblüffenden Gedanken. Sie wusste, was sie wirklich tun musste, um ihr Andenken zu ehren und auch wenn sie Angst davor hatte, es zu tun, versprach sie sich, es zumindest zu versuchen. Du wirst nicht glauben, was dann geschah. Die Stadt veranstaltete ein Reitturnier und nach mehr als zehn Jahren beschloss Nancy sich dafür anzumelden. Sie zitterte, als sie auf Rocky den Parcours betrat. Sie hatten nicht genug trainiert und immer noch nicht die Bindung entwickelt, die Pferde und Reiter normalerweise verbindet, aber sie war fest entschlossen, es trotzdem zu versuchen. Und kurz vor dem Start hörte sie in der Ferne jemanden, der sie anfeuerte. Mehrere Leute sahen sie mit einem fröhlichen Lächeln an und hielten Poster von Rocky mit Schikaletta auf dem Kopf in der Hand. Sie hatten das Video gesehen, das sie gepostet hatte und waren zum Wettbewerb gekommen, um sie anzufeuern. Dieser Anblick reichte aus, um Nancy den nötigen Auftrieb zu geben, um sich den Erinnerungen an ihre Vergangenheit zu stellen. Und auch wenn sie den Wettbewerb dieses Mal nicht gewann, wusste sie, dass sie eines Tages wieder die Person sein würde, auf die ihre Eltern immer stolz gewesen waren. Die Farm war immer ihr wahres Zuhause gewesen und mit Rocky an ihrer Seite hatte sie endlich das Gefühl, wirklich dazu zu gehören. Was für eine süße Geschichte! Würdest du jemals deinen Job aufgeben, um aufs Land zu ziehen und selbst einen Bauernhof zu führen? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!